Bevor man hier näht, muss man natürlich die Schichten verkleben und dann die Naht hinten, die Kante auf Länge abschneiden und die Schichten dann runden, damit man hier eine runde, schöne Fläche hat und dann wird dieses Einflussleder nass gemacht und dann kann man das stramm drüberziehen, sodass man das schon in die Form reinwalken kann, sodass man auch wieder diese Walkkanten hat, wo man sehen kann, wo man hin nähen soll, wo es am schönsten aussieht dann.